Speedbeef mit Starwall. Ich kenn's nicht, Annabelle kennt's schon, die ist mehr so... Wie wurde erklärt, was das ist? Die hat schon ganz viel geübt, hat sie mir gerade eben gesagt. Das ganze Wochenende gespielt. Also wenn sie jetzt gewinnt, dann nur deswegen. Man muss sich gegenseitig aufspießen mit dem Rüssel eines Wals. Oder wie nennt sich das? Ein Horn. Ein Horn eines Wals. Sie ist pink, ich bin die andere Farbe und los geht's. Und man kann hier so schön rumfliegen. Und das war schon der Erste? Ja, ich sag ja, geübt und erinnert sich. Der Zweite? Aber ich glaub, das wird meinetal. Man dreht sich nur, weil man echt nur vorwärts kann. Nein! Was machst du da? Ich weiß nicht, ich raff das ganze Spiel nicht. So, ich bleib jetzt einfach so sitzen, dann kannst du mir noch nix, oder? Wie biegst du den Arsch? Man dreht sich einfach wehkültig irgendwie. Ich versuche mit der Chaos-Theorie dich irgendwie... Nein! Nein, nein, nein! Nein! Und nochmal, und nochmal! Oh, war das knapp. Ich hab keine Ahnung, was ich hier wirklich mach. Eigentlich dreh ich mich auch nur. Ich will mich eigentlich gar nicht drehen. Annabelle, wenn du das Spiel noch verlierst, nur um ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, das wär peinlich. Du weißt, wie peinlich das wär, ne? Nein, nein, komm. So. Sehr schön. Annabelle hat verdient gewonnen, wenn man das ganze Wochenende auch übt. Und du warst dann viel Gewalt. Und du hattest WASD als Tastatur. Mit Falltasten spielt heutzutage ja keiner, außer Eddie, weil er Linkshänder ist. Ja. Das war Star-Wall. Sehr lustig. Fantastisches Spiel. Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Was? Der wird lang entgegen. Statt. Was? Ja, es geht los. Wer bin ich denn? Ach, der blaue. Alter, fuck. Oh, was denn lustig? Da! Nein! Ich schaff' dich noch nicht! Da, man! Ach so! Wir schwimmen auch, ja. Nein, es geht mir darum, dass ich schon zwei Leben verloren hab. Wann das denn? Weg da! Gott! Diese Slomos sind ja der Hammer! Oh, da hätt' ich doch nur gerade runter müssen! In einem verdammten Bauch! Gummy! Oh, krass! Ah, fuck! Ach, ey, krass! Ah, jedenfalls! Echt jummer Hund! Nicht dummer Narbe rein! Oh, krass! Rein da, rein da! Nein! Ah, du Blödmann! Ah, dieser blöde, dumme Fehler mit dem Rücken! Weg mit dir! Ja! Yes! Nein! Ah, fuck! Nein! Wie viele Spiele denn? Best of three? Nein, eins! Und jetzt? Ich hab' gewonnen! Warte, dann geh' ich jetzt wohl zur Kommunalwahl! Biatsch! Drei, zwei, eins, und da! Ich bin der Pinke! Ach so, ich bin blau! Fuck! Hast du mich schon erwischt? Ja, du hast mich schon erwischt, oder? Nee! Doch, ich hab mich doch, ich hab mich quasi selber erwischt! Ah, okay! Man muss erst mal reinkommen jetzt! Bäm! Nee, aber auch keinen Punkt! Doch! Hast einen abgezogen gekriegt! Und jetzt kriegt gleich noch einer! Ach so, man kriegt einen abgezogen! Ich dachte, die füllen sich auch! Ich fliege um dich rum und dann... Aber ich bin schon ein guter... ...Narwal! Oh, ich muss weg! Und drehen! Und... Das wird das liebste Spiel an der Zeit! Habe ich dir einen abgezogen! Das sieht ja aus, als wenn wir uns hier paaren! Und da zieh' ich dir noch einen ab! Pass auf! Jetzt... Oh, nee, da war er fast! Ich erwische... Oh, Alter! Das war ja Fatality! Ich erwische immer nur deinen Hintern! Ja, aber du hast mir einen abgezogen! Ich hab' so'n Hinternfokus bei dir! Wie im echten Leben! Und dann dreh' ich und dann komm' ich... ...und... ...wird erzgeschützt! Oh, nein, nein! Oh, fuck! Oh, fast! Ich treff' immer nur dein Gesicht! Oh, da hast du mich! Scheiße! Ich treff' mich immer selber bei deinem Scheiß! Stimmt, du brauchst dich immer so rein! Siehst, ich greif' dich immer an! Du, Assi, hergimpelst da unten am Boden rum! So ist ja immer nix passieren kann! Nö, komm! Siehst du schon wieder? Jetzt sitzt du da an der Wand fest! Oh, da! Oh, schade! Aber das war auch mein Move! Weißt du, an der Wand festhängen? Ja, an der Wand festhängen wie so'n... ...warte, dass der andere... ...und das andere kommt! Schon wieder müssen wir dich piepen! Jedes Mal! Ach so, scheiße! Wer ist der Nächste? Komm, links und rechts ist... ...also, linken! Alles klar! Was? Hast du nicht 3-2-1 gesagt? Ich kapier's nicht! Wieso 3-2-1? Wir haben doch geklatscht! Oh! Okay, da war ich schon in dem anderen Spiel super! So geil, ey! So geil, ey! Sogar mit Slow-Mo und so! Das ist wie das Spiel mit den beiden Ringern! Mit dem Dings! Ich freu' brutal, das Spiel! Ey, du bist ja... Ach, geht gleich weiter! Man kann ja gar nicht rückwärts schwimmen! Das ist ja sinnlich, äh, sinnlich lustig mit S! Also, ganz kapier's schon! Blöder Arsch! Kicke! Oh, scheiße! Aber im Rücken! Was? Das zählt nicht, oder? Ach, komm! Als ob du im Rücken nicht verwunschbar wärst! Eieieieieiei! Jan, bist du noch ne Schokobanane? Ach, shit, Alter! Oh, gefährlich! Ich stech dich in den Zeiss! Scheiße! Das war doch nur gestriffen! Ja, aber... Gleichstand! Und gleich nochmal! Nein, das war nur meine Doktieren! Wo ist jetzt kein Punkt mehr? Und... Bäm! Ey, das ist doch behindert! Ah, ich lieg falsch rum! Ich muss abhauen! Also, ich raff die Steuer um mich hundert Prozent! Nicht ehrlich bin! Ich penne jetzt mal! Ja, Hauptsache, ich gewinn, oder? Nein! Slippet! Was? Schreck ihn! Schreck ihn! Nein! Nein! Ja, ich schreck ihn! Und verloren! Und verloren! Ja, es ist eigentlich gespielt! 3... 2... 1... Go! Du bist blau! Ich bin blau, ja! Oh, wie knapp, Alter! Fuck! Und gleich ein Alter! Und gleich noch einen! Alter, wie mieser! Bäm! Ich bin natürlich für Ben, weil der mich ja gebraucht hat! Ja, Alter! Nee, nee, geht daneben! Ich bin echt gut! Das ist ein sehr gutes Spiel! Nee, das ist so gut, ne? Oh, Unterwiederbrung! Was für ein mieses Ding! Oh, jetzt noch einen, dann habe ich es quasi schon! Abogator ist wieder unterwegs, ey! Oh, die Sau! Oh, daneben, das ist aber ärgerlich! Scheiße! Ja, ich kann dir das richtig vorstellen, Fabian, geht richtig einer ab. Ja, total. Da kannst du wieder ein Video drausschneiden später dann. Mit Nordkorea vielleicht diesmal. Ja, das meiste muss erst mal 20.000 Klicks kriegen. Oh nein! Komm, Ben, zeißen wir das jetzt mal. Jetzt kommt er, kommt dagegen. Fabian, kannst du nicht so plump rangehen, da musst du auf den richtigen Moment anfassen. Oh, jawoll. Und einen noch. Gegen wen spiele ich im Finale gleich? Gegen mich. Oh. War? Du musst doch erst mal ein zweites Spiel machen. Oh, was? Das war... Oh, der Fabian schwummelt! Yeah. Sag's Bescheid im Finale. 3, 2, 1, Enter. Warte, ich bin blau, oder? Nein. Welche will ich nicht? Ich bin blau. Nein, warum bin ich blau jetzt verliert, weil ich nicht pink bin. Ich muss immer pink sein. Hä? Dreh dich doch. Ist rechts immer hier pink? Nee. Eigentlich müsste bei wieder pink sein. Nee, ich bin blau. Glaube ich zumindest. Ja, ja, ich bin jetzt pink. Das ist voll doof. Na, komm. Weiter vorwärts, weiter vorwärts. Und jetzt, nein. Nee, 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 nee. Merkst du, bei uns ist das... Ja. Ja, okay. Einen Treffer. Einen Treffer. Und noch einen. Oh, scheiße. Einmal hab ich dich. Nein, nein, nein. Geh weg mit. Und zweites Mal hab ich dich, Belle. Du kannst meinem Stacheln nicht entkommen. Komm. Ich bewege mich nicht. Wenn du einfach nur rumliegst, ist das natürlich auch gut. Ja, ich hab was gedrückt, aber es hat nicht funktioniert. Drei. Nein, ich bin über dich rumgeschubbert jetzt. Hört auf zu lachen. Komm jetzt. Nur der Tod ist... Ey, ich lieg da komplett anderes Video drüber, ne? Nein, ich jetzt nicht. Boah. Ja, gar kein Problem. Und jetzt das vierte Mal. Okay. Wo ist jetzt, äh... Fange? Oh. Das verloren. Ja. Du hast verloren. Ja. Ist das jetzt die Male, oder was? Das ist die Male, ne? Ja. Ja, Chris, das ist nichts Persönliches. Nee, ey. Gegen dich verliere ich auch gerne mal. Das ist schön. Drei, zwei, eins, enter. Okay, alles klar. Oh. Oh, okay. Wie lange hat's gedauert? 0,4 Sekunden? Ja, so. Kennste. Komm jetzt mal. Alter. Ey, du spielst ja voll mies, Chris, du. Okay. Ah, okay. Oh nein, ich... Nochmal. Oh Mann, du blöder Arsch. Mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken kann dich entzücken. Komm, ich muss unter deinen Stöpsel hier. Ja, dann bleib ich einfach hier sitzen, bis du weg gehst. Ja, ich auch. Hahaha. Nein. Oh Mann. Oh, komm, komm, komm. Das war unfett. Bei dir zählt's natürlich. Nee, zählt nicht. Das ist meine Position, der liegende Mops. Aber da sieht man wirklich auf was zum hohen Niveau, wie wir jetzt spielen hier. Oh, komm. Okay, okay. Ja, komm, lebe ihn aus. Nein, nein, nein. Ja. Hast du gesehen? Das war eine super Rolle. Und jetzt muss ich... Ich bin wirklich eigentlich für Fabian. Fabian, ich bin für dich. Nein. Gar kein Problem, gehör mal ruhig mit dem... Mit dem Köpfchen antäuschen und dann mit der... Jetzt jetzt! Mit dem Stachel rein. Komm. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt eine Rolle machen. Und? Ja, damit du meinen Rücken hast und unten erwischen kannst. Ah, okay. Das ist sehr hohes Niveau hier. Der Rundscheiß. Oh, mein stößt mich immer zuerst da. Und jetzt? Ich lass mich jetzt einfach mal auf den Boden fallen. Ich täusche an. Oh, okay, okay. Ich wollte antäuschen. Ich wollte antäuschen. Fuck. Jetzt muss ich wieder eine Rolle machen. Entschuldigung. Okay, wenn ich jetzt noch... Auf deinem Rücken und... Ah, komm. Oh, Alter. Oh, nein, 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 nein! Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, Alter, du musst voll schlafen. Ich kann nicht mehr schützen, oh Scheiße. Jetzt den Song von Dave Navarro. Nein, 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 nein. Oh, erst mal wieder in Sicherheit liegen. Und nächster Angriff- oder nächster Angriff vorbereiten. Nein! Oh, Geil! Man fühlt sich wie ein König, wenn man das hinterher steht. Also ich sag mal, gegen Chris war es cool, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Gut, die anderen, mein Gott. Das ist halt so Kanonenfutter, was auch mitspielt. Ich freue mich aufs nächste Spiel, gerne wieder Bescheid sagen, dann bin ich wieder dabei. Dankeschön.